Fans warteten eine halbe Ewigkeit auf ein Update von Sylvia Wollny. Jetzt meldete sich das Wollny-Oberhaupt endlich. Ihre Botschaft ist überraschend. Was ist nur bei den Wollnys los? Und was fehlt Sylvia Wollny denn nun eigentlich? Via Instagram hatte die 59-Jährige vor nunmehr drei Wochen verkündet, krank zu sein. Sie müsse wegen einer nicht näher definierten Krankheit leider alle Termine absagen. Ein dazu veröffentlichtes Bild, das Sylvia augenscheinlich nach einem Arztbesuch zeigte, weil ihr noch eine Kanüle im Arm steckte, trug sein Übriges zur Beunruhigung bei. Dabei kann auch etwas völlig Harmloses dahinter gesteckt haben, denn selbst bei einer Infusion oder zum Verabreichen von Betäubungsmitteln vor Darmspiegelungen werden solche Zugänge gelegt. Sylvia Wollny lässt Fans nach Krankheitsverkündung wochenlang hängen. Statt den Fans genauere Informationen nachzureichen, meldete sich Sylvia Wollny vor rund einer Woche erneut. Diesmal präsentierte sie sich in einer Art Rollstuhl, erklärte, es gehe ihr nicht so gut und sprach von großer Aufregung wegen bevorstehenden Entscheidung, ob sie bald nach Hause dürfe. Ob nach Hause nach Deutschland oder raus aus dem Krankenhaus, blieb offen. Was den Fans ebenfalls vorenthalten wurde, war das versprochene Update. Sylvia hatte ihren Beitrag nämlich mit den Worten wir melden uns bei euch beendet, nur um dann bis heute zu ihrer Gesundheit zu schweigen. Auch die Wollny-Töchter sind keine große Hilfe, denn statt Verständnis für die Beunruhigung der Fans aufzubringen, legen sie sich auf Social Media mit jedem an, der Kritik äußert. Vielleicht sollte man wenigstens erwähnen, ob es eine heilbare Krankheit ist. Und eventuell, dass es ihr bald besser gehen könnte, bat ein verunsicherter Fan, und bekam prompt Sarah Fina Wollnys Zorn zu spüren. Vielleicht sollte man auch einfach nur gute Besserung schreiben oder einfach nichts. Sie wird es schon sagen, wenn die möchte, so die dreifache Mutter entrüstet. Welche Krankheit hat Sylvia Wollny? Auch Wochen nach der Krankheitsverkündung tappen Fans noch im Dunkeln. Beunruhigend sind auch die zahlreichen Kommentare von Familienmitgliedern, denn Sarah Fina Wollny, Florian Köster, Silvana Wollny, Loredana Wollny, Sarah Jean Wollny und weitere posteten Emojis von betenden Händen unter den Beitrag, als brauche Sylvia gerade Gottes Hilfe. Das Problem, auch hier folgte keine Aufklärung, was wirklich hinter der Geschichte steckte. Wollny Fans fühlen sich an der Nase herumgeführt, der Ärger auf Instagram wächst. Zum Entrusten der Community hat sich Sylvia mittlerweile nämlich mit einem neuen Foto gemeldet, ist darauf allerdings gar nicht zu sehen. Anlässlich des Geburtstags ihrer Enkel Emory und Casey teilte sie einen Familienschnappschuss und erklärte, sie freue sich, dass ihre Lieben einen so schönen Tag verbracht hätten. Dass auch Jeremy Pascal Wollny und seine Verlobte Celine auf dem Bild auftauchten, sorgt für große Aufregung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.